Tesla macht tatsächlich Gewinne im ersten Quartal 2020. Sie haben die Zahlen vorgestellt, wir gehen sie gleich nochmal ein bisschen genauer durch. Und es gibt noch weitere spannende News von Tesla, also unbedingt dranbleiben. VW-Chef Herbert Dies, der sieht Tesla auch noch, bei Software deutlich besser aufgestellt als seinen eigenen Konzern Volkswagen. Ja, das ist zumindest durchgesickert, sowas würde er natürlich nicht öffentlich sagen. Die Autokonzerne, die schreien ja gerade sowieso nach Kaufprämien, um eben die eigenen Verkäufe wieder anzukurbeln. Am 5. Mai gibt es übrigens dazu einen Autogipfel. Also schon in der nächsten Ausgabe werden wir euch dazu berichten, was dabei rauskam. Und in dem Zuge sagt der Verkehrsklub Deutschland, hey, aber Vorsicht, ja, bitte jetzt bei einem Neustart bitte in die grüne Mobilität durchstarten. Dazu gleich auch mehr. Und Bosch sieht schwarz für die Autoindustrie. Ihr müsst nicht schwarz sehen, die heutige Ausgabe wird präsentiert von Robin Plus, unserer nachhaltigen Elektromobilitäts-Modekollektion. Da gibt es diese Motive und eben, ja, in allen schönen bunten Farben auch andere. Schaut mal vorbei, unterhalb des Videos ist der Link. Und jetzt geht's aber mal los. Es ist tatsächlich eine Überraschung, oder nicht? Tesla macht im ersten Quartal 2020 Gewinne und zwar 16 Millionen US-Dollar. Und das ist jetzt schon das dritte Quartal in Folge, in dem Tesla Gewinne macht und eben nicht einen Rückwärtsgang in die roten Zahlen einlegt. Und gut, klar, 16 Millionen Dollar sind natürlich für so einen großen Konzern nicht viel. Wenn man das aber mal vergleicht mit dem ersten Quartal 2019, ist das schon der Hammer. Da gab es noch einen Verlust von 702 Millionen. Also innerhalb von einem Jahr mit so einer Differenz ist schon wirklich ein wahnsinniger Erfolg. Der Gesamtumsatz ist um 32 Prozent auf rund 6 Milliarden Dollar angestiegen. Die Zukunft, wie sieht die aus? Sie wollen 500.000 Elektroautos in diesem Jahr produzieren. Letztes Jahr waren es noch 370.000 und wir werden natürlich sehen, die Prognosen sind natürlich schwierig. Ja, angesichts der immerhin der Auswirkungen eben der aktuellen Krise im zweiten und dritten Quartal, was da dann genau noch jetzt passiert, ist noch nicht abschätzbar. Aber immerhin konnte Tesla Cash Reserven von rund 8,1 Milliarden Dollar aufbauen. Das sollte doch eigentlich ganz gut ausreichen, um das Unternehmen durch die Krise zu führen. Das Stammwerk in Kalifornien ist übrigens nach wie vor nicht arbeitsfähig. In Shanghai arbeitet Tesla aber bereits wieder und will auch da bis Mitte 2020 wöchentlich 4.000 Autos bauen. Der Kaufpreis für das Gelände, auf dem die Tesla-Fabrik in Brandenburg entsteht, die Giga Factory, hier, wir sind übrigens aus Berlin, gleich in der Nähe, ist übrigens vor einigen Tagen überwiesen worden. Also das Geld fließt und dann geht das voran. Hier fehlen aber noch die Umweltverträglichkeitsprüfung und die anschließende Baugenehmigung. Tesla will nach wie vor ab dem zweiten Quartal 2021 mit der Auslieferung des Model Y aus dem Berg in Grünheide, hier in Brandenburg, in der Nähe von Berlin, tatsächlich beginnen. Und derzeit müssen die Pläne aber nochmal überarbeitet und es muss auch der Bauantrag neu gestellt werden, weil es in einigen Bereichen aufgrund des sandigen Bodens eine Pfahlgründung nötig ist. So und Tesla verschiebt in dem ganzen News, die jetzt rauskommen rund um die Quartalszahlen, auch nochmal die Pläne des Tesla Semi-Truck, also des Elektro-LKWs. Der sollte ja eigentlich noch 2020 kommen, der wird jetzt auf 2021 verschoben und kommt dann zwei Jahre später als ursprünglich angekündigt. Und was gibt es noch Neues? Ja, Tesla reduziert den Preis des Model 3 Standard Range in China, um eben da den Wegfall der dortigen Kaufprämie zu kompensieren. Puh, das waren nochmal viele News von Tesla und jetzt geht es im Prinzip gleich in den Mix Tesla und Volkswagen. Denn in einem internen Meeting soll Volkswagen-Chef Herbert Diess Teslas Fähigkeiten bei der Softwareentwicklung gelobt und die von Volkswagen sogar kritisiert haben. Mag man jetzt als ganz schlimm ansehen. Ich finde es ja eigentlich eher gut, wenn die das realisieren und wenn die ein bisschen aufwachen. Ja, also eigentlich aus meiner Sicht erstmal ein guter Punkt, aber was ist denn da jetzt rausgekommen? Ja, Tesla ist vor wen eiligen Punkten deutlich überlegen. Ja, dies findet es problematisch, dass Teslas Fahrzeuge eben Daten sammeln und Tesla auf diese Art und Weise eben Verbesserungen entwickeln und die dann per Software-Update ständig ausspielen können. Ja, damit meint er natürlich zum Beispiel das Assistenzsystem Autopilot. Zitat, 500.000 Teslas funktionieren als neuronales Netz, das kontinuierlich Daten sammelt, um den Kunden im 14-Tage-Rhythmus ein neues Fahrerlebnis zu bieten. So, eben der VW-Chef in dem Meeting, ja, auch das Benutzererlebnis sei bei Tesla besser. Das reduzierte Design, die Schlüssellösung und die Reduktion auf dem Touchscreen beim Model 3 würden die Kunden lieben. Und ich weiß, viele von euch lieben genau das, da liegt er wohl richtig. Aufgeben will er aber nicht, denn er hat eine eigene Abteilung gegründet, die eben einen Aufholplan zu Tesla eben, was die Software angeht, ausarbeiten soll. Ärgerlich findet dies auch, dass Tesla an der Börse doppelt so viel wert sei wie Volkswagen, obwohl das eigene Unternehmen deutlich größer ist, zahlreiche Marken umfasst und viel mehr Umsatz macht. Da kann ich nur sagen, die Börse schaut nicht in die Vergangenheit, noch nicht in die Gegenwart, sondern in die Zukunft. Und das spricht er dann wohl für sich. Am 5. Mai empfängt die Bundesregierung dann eben die Automobilindustrie zu einem weiteren Autogipfel. Die Branche fordert eine Kompensation coronabedingter Ausfälle. Da gibt es also dringenden Bedarf. Volkswagen-Chef Herbert Dies will beispielsweise ein staatliches Konjunkturprogramm in Form von Kaufprämien. Das kennen wir doch schon. Das gab es ja in der Vergangenheit schon mal. Wie viel Zuschuss es dann für was geben soll, das hat er so noch nicht gesagt. Das wird dann erst nach dem Autogipfel wahrscheinlich rauskommen. Und in dem Zuge fordert der Verkehrsclub Deutschland, der VCD, nach Corona einen Neustart in die grüne Mobilität, die durch Konjunkturhilfen gefördert werden soll. Vor allem Bahn, Bus, Fuß und Radverkehr soll die Förderung zugute kommen. Die Autoindustrie nimmt der VCD natürlich auch nicht aus, will aber, dass eben nicht nur einseitig das Auto gefördert wird und eben dann die Automobilindustrie, sondern eben die Bürger sollen laut VCD entscheiden, selbst entscheiden. Gibt es das noch? Wir Bürger dürfen selbst entscheiden. Das wäre doch wirklich, also ich finde es einen tollen Vorschlag hier, pass mal auf. Und zwar soll man dann selber sagen, wofür der Zuschuss genutzt werden kann, zum Beispiel zum Kauf einer Bahncard, eines öffentlichen Personennahverkehr-Abos, eines E-Bikes und eines Lastenrades, vielleicht für die Nutzung von Car- oder Bike-Sharing-Leistungen oder auch als Zuschuss eben zur Anschaffung eines Elektroautos. So könnten auch Kunden eben mit niedrigem Einkommen Konsumenten werden. Eine Förderung für Hybridfahrzeuge oder Verbrenner lehnt der VCD ab. Und da muss ich sagen, da bin ich auch mit dabei. Um die Verbreitung von Elektroautos in Dienstwagenbetrieb zu fördern, soll der Geldwertevorteil bei der Besteuerung am CO2-Ausstoß des Fahrzeugs ausgerichtet werden. Der Aufruf wird von zahlreichen Verbänden und Unternehmen unterstützt. Bei den Mehrkosten von emissionsarmen oder elektrisch angetriebenen Fahrzeugen soll laut ACE, Deutschlands übrigens zweitgrößtem Automobilclub, eine Förderung eingesetzt werden. Hm, ich finde das klingt alles ganz interessant. Schreibt mal eure Meinung dazu unterhalb des Videos in die Kommentare. Allerdings sollten dann auch Autos über 40.000 Euro laut dem Vorschlag nicht bezuschusst werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will ja mögliche Staatshilfen für die Autobranche an den Klimaschutz koppeln. Das hat er ja schon so ein bisschen durchsickern lassen. Das heißt aber nicht, dass nur Elektroautos gefördert werden sollten, laut seinem Vorschlag wahrscheinlich, sondern eher so Autos mit geringem CO2-Ausstoß. Also das wird super spannend. Wie gesagt, in der nächsten Ausgabe gibt es dann die Ergebnisse. Jetzt schauen wir nochmal zu Volkswagen und Daimler. Das schauen wir uns nicht genau an, aber da sind ja die Geschäftserwartungen, die jetzt gerade kommuniziert worden waren, überhaupt nicht erfreulich. Ja, die Zahlen sehen nicht gut aus. Es zeichnet sich immer stärker ab. Die Corona-Pandemie wird tiefe Spuren in den Bilanzen, der sowieso unter Überkapazitäten oder auch Nachfrage schwäche leidenden Autobauer hinterlassen. Das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Der weltweit größte Autozulieferer, Bosch, stimmt mittlerweile sogar ganz düstere Töne an, wenn es um die weitere Entwicklung der Autoindustrie geht. So rechnet Bosch wegen der Corona-Krise und der Transformation in der Automobilbranche in Richtung grüne, nachhaltige Mobilität mit einer deutlich stärkeren Wirtschaftskrise als während der Rezession im Jahr 2009. Volkmar Denner ist Vorsitzender der Geschäftsführung und er sagt, Zitat, in der Automobilproduktion rechnen wir aktuell für 2020 auf Basis der bislang bekannten Effekte mit einem Minus von mindestens 20%. Wir stellen uns auf eine globale Rezession ein, die auch unsere Geschäftsentwicklung 2020 deutlich belastend wird. Ja, im ersten Quartal ist der Umsatz der Bosch-Gruppe um 7,3% gesunken. Allein im März sind die Erlöse um 17% abgesackt. Eine konkrete Prognose über die Zukunft des eigenen Unternehmens will lieber keiner abgeben. Ich kann euch aber eine klare Prognose abgeben, was passiert, sobald ihr euch mit einem Verbrenner oder jemand anders sich auf einen Elektroautoparkplatz stellt. Denn wer mit einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor auf einen Parkplatz mit Elektroladesäule stellt, der muss ab dem 28. April 2020 mit einem Bußgeld in Höhe von 55 Euro statt zuvor nur 10 Euro rechnen. Gleiches gilt für unzulässig abgestellte Elektroautos, zum Beispiel also wenn das Elektro-Kennzeichen fehlt oder eben die maximale Parkdauer für den Ladevorgang überschritten wurde. Also natürlich müssen auch Elektroautofahrer selbst und auch untereinander da solidarisch sein. Und natürlich, wenn ihr ein Elektroauto kauft, dann unbedingt eins mit E-Kennzeichen. Informieren Elektroautofahrer die Polizei über ein unrechtmäßig abgestelltes Fahrzeug, dann ruft diese in der Regel sogar den Abschleppdienst. Allerdings gilt hier das Gesetz der Verhältnismäßigkeit. Also ist noch ein zweiter Ladeplatz frei, dann reicht es vielleicht auch mit einem Bußgeld. Aber ein Knöllchen gibt es auf jeden Fall. Das ist der neue Bußgeldkatalog, zumindest einen Auszug daraus für die Elektroautofahrer. Was haltet ihr davon? Ich persönlich finde das gut. Ich mag das natürlich auch nicht, wenn jemand bestraft wird. Das ist nicht der Punkt, sondern es ist wichtig, dass eben die Parkplätze oder die Ladesäulen frei bleiben, damit überhaupt das funktioniert mit dem Wandel in eine nachhaltige elektrische Mobilität. Wenn ihr weitere News und weitere Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal rechts unten komplett kostenlos. Drückt nochmal die Glocke, dann macht es. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare zu den verschiedenen Meldungen unterhalb des Videos in der Kommentarbox. Bis bald wieder, euer Robin. Bis bald, imvanности. S rempllig gerne, bis bald, bis bald. Bis bald todos. Bis bald. Bis bald. Bis bald, bis bald.